Bist du willens, bei mir zu trainieren? Na klar doch! Dann lehre ich dir jetzt den Energiestrahl! Erstens, du musst weniger als ein Herz übrig haben. Zweitens, schwinge dein Schwert mit letzter Kraft. Und es ist verbracht! Hast du es verstanden? Äh, ja? Okay, dann bring ich dir erstmal kurz bei. Du bist nur eine Marionette. Ding! Und damit willkommen zurück, wir erlernen hier eine neue Technik. Nachdem wir den letzten Dungeon geschafft haben, im letzten Mal. Bist du weniger als ein Herz und schwinge mit letzter Kraft das Schwert. Wow. Das hätte ich wirklich beim Boss gebrauchen können. Obwohl, nein, das hätte ich nicht. Kann man gleich mit dem Schatz besiegen. Sehr gut, ich überreichte dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerstechnik vergessen solltest, kannst du nachlesen. Energiestrahl alert! Aus der Schwertspitze schießen. Strahlen davor. Aber nur in Not lang. Danke. Alright. Zeig mal. Wo ist denn das? Hier? Ah ja, hier ist das, genau. Okay, eins haben wir übersehen. Weiß aber nicht von wem. Und ansonsten... gibt's noch drei weitere. Es gibt nichts, was ich dir bei mir könnte. Du musst weiter mal weiter trainieren. Okay. Danke fürs Herzteil. Und heute... werden wir einiges machen. Wie gesagt, wir haben im letzten Mal den Eisdungeon gemacht. Und können somit unser Schwert nun verbessern. Außerdem hat der König mit uns gesprochen. Durch eine Illusion oder so. Hologramm von König. Sein Geist? Ich weiß es nicht. Aber er hat gemeint, wir sollen auf jeden Fall mal herkommen. Und ich denke, dann wird sich alles regeln. Also, Abkürzung geschaffen. Und... Naja. Wir können uns ja eigentlich auch schon mal ein bisschen umschauen. Jetzt, wo wir auch schwimmen können, seit... Tatsächlich sogar schon ein paar Folgen, ne? Schon ein bisschen was her. Tatsache. Hallo, Mario. So. Wo können wir schwimmen? Ich glaube, hier in der Nähe ist nichts zum Schwimmen, ne? N-n. Na, nee, nee. Ich überlege gerade. Doch, hier. Doch, doch, doch. Warte mal. Ich glaube, hier können wir schwimmen. Wenn wir hier nach oben reisen. Zack. Ja, hier können wir schwimmen. Hier können wir weiter. Okay. Dutututum. Klar, könnte ich erstmal mein Schwert verbessern, aber... Machen wir ein andermal. Oder besser gesagt, später. Jetzt sollte ich erstmal ein bisschen umschauen. Denn hier drüben... Das Geld. Und wo ich schon super duper reich bin. Du hast kein Geld. Du hast kein Geld. Oh, jetzt war das Geld. Jetzt war das Geld. Und da ist noch mehr. Aber das sind alle fake, oder? Einer davon ist fake. Immer schnell genug Spam Und leider können wir jetzt kein Geld mehr tragen Jetzt sind wir voll Jetzt sind wir voll Magenvoll In dieser Höhle befinden sich Zwei Schätze für uns Einmal ein paar Muscheln Und Nichts Weil ich schon genug Geld habe Schade, das war Verschwendung Okay Das heißt für mich Wir gehen sofort einkaufen Ja Ich hoffe, das Buch ist jetzt da Dann kann ich mich 200, 400 Rubine ausgeben für ein paar neue Bücher Ach und Milch können wir uns gleich wieder einkaufen gehen Klar Ja, das Buch ist da, nachdem wir den Dungeon gemacht haben Magnus Schwertfibel Band 4 Okay, was für unnützten Zeugs hast du wieder geschrieben Müsst dich mit dem Mächtigen Bist du schon einer Kreatur begegnet Die glänzt wie Gold Sie erscheint nur selten Wenn ganz bestimmte Fragmente vereinigt wurden Sie ist unverdrecklich stark Doch sie lässt etwas Wertvolles fallen Wenn du sie besiegst Lass dir diese Chance nicht hingehen Hatten wir schon Nix Neues Was tun Meister Magnus Die Käferstachis Voller Stacheln Der stachigelige Panzer ist gegen Angriffe mit dem Schwert immun Rameln sie dein Schild Dann fallen sie auf den Rücken und sind hilflos Du kannst sie auch mit dem Wirbelstab umkippen Oder mit Bomben Oder versuch es mit der Sturzattacke Höchst informativ, nicht wahr? Sturzattacke? Wie müde? Die 8 Wunder von Hyrule 4 Fernzünderbomben Es gibt Bomben, die explodieren genau dann, wenn du es willst So sagt man jedenfalls Das ist natürlich ein Gerücht So nehme ich dann so ein Bombenman-Item Gehabt dich wohl, werter Leser Ich mache vor kurzem eine Reise zur London-Farm Magnus I. soll eins eine Kuh mit bloßen Händen liegt haben Dies erscheint mir nicht wirklich erstrebenswert Größe schließlich keinen echten Gegner Der folgen Band wird Band 5 sein Wohlauf Gibst den schon, junge Dame? Ah, für dich ist das angekommen Guten Tag Natürlich kannst du was bestellen Für 200 Mal wieder Alright Gibt es das schon oder muss ich noch warten? Hier sind dann wahrscheinlich vier weitere Hey, nee, du musst noch warten Schade Trotzdem sein können Okay, dann gehen wir unsere Schmerz verbessern Würde ich sagen Hört sich auf jeden Fall logisch an, das jetzt als nächstes anzustreben Durch, 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 durch Ich muss mal überlegen, wo war das denn Ich habe es tatsächlich vergessen Können wir es noch links? Nee, immer noch nicht Der lädt sonst immer noch nicht durch Hey, weg da, Mann Nee, da geht es auch nicht lang Wo waren das? Entweder links oder rechts von hier müsste es dann sein Und meine Vermutung ist hier Rechts Hier? Ja, doch Nein Und was goldenes? Haben wir nicht? Sorry, Mann Geht also nicht Ah, wie können wir schwimmen? Hier wollte ich zwar eigentlich nicht lachen, aber ich meine Hey Ein Herzer nehme ich mir immer mit So eine Herzer sage ich nie nein Vor allem war, wer sowieso 100% machen wollen Das zumindest ist der Plan Aber jetzt bin ich immer noch verwirrt Wo müssen wir denn dann lang? Le Fee Le Fee Ich brauche sie Ich brauche sie Yeah Eingefangen Schön Bonk Aufs Blatt gelandet Cool War er vielleicht hier? Nein Verdammt Wo war das? Warte, vielleicht hilft die Map Die Map hilft doch immer Ich überlege Ich habe es wirklich vergessen Also hier links Von wo wir gerade waren Im gleichen Bildschirm Können wir Hier drüber? Nein Okay Ich dachte ich kann so einen super Jump machen Aber ist auch nicht schlimm Da könnten wir wieder auf Land Hier allerdings können wir auch auf Land Aha Und hier befindet sich etwas Was wir schon haben Wo fühlt mich das hin? Ah ja Ich bin mir ziemlich sicher Mit dem nächsten Schwert Upgrade Können wir da bestimmt mehr unternehmen Jetzt geht es aber noch nicht Ich weiß wirklich nicht mehr Wo wir langen müssen Deshalb machen wir einfach Wieder ein bisschen Erkundung Es tut mir leid Aber wir werden auf jeden Fall noch In dieser Folge Höchstwahrscheinlich Weiterkommen Weitermann Ja genau so sieht es aus Joinks Klapp Hä? Ah Die Brücke Keine Ahnung was es bringt Aber Ja Brücke ist repariert Schön Schön und gut Ich bin mir so Ich würde eigentlich So einen Knopf gedrückt halten Der nicht benutzt wird So wie Y Ja und dann Oder X Y Y Wird auf jeden Fall nicht benutzt Und dann möchte ich einfach so einen Quick Change haben Wissen ich meine Ganz schnell wechseln kann Von einer Waffe zur anderen Das wäre sehr nützlich Für ein Remake Nintendo schreibt es euch auf Teil der Kriegsfamilie Ha? Ich glaube hier waren wir noch nicht Ne? Ich glaube nicht Das muss neu sein Ist es auch Ach ja Ist doch alles schön Und fein Nur keiner Wurmilein Ja du schießt mir immer zu Ich weiß das doch Ich kenne dich doch Noch mehr Feen Yeah Da ist er abgenknutscht Oh das war ein bisschen mehr als knutschen Na ist aber auch Ist aber auch egal Wo ich wieder graben Natürlich Respawn da ist Okay aber hier ist eine Feenquelle Das Wäre gut Sich zu merken Vielleicht wahrscheinlich nicht Aber wäre gut Okay da Das war mir Das Das Genau Waren wir schon Sprite Lass mich da nicht durchgehen Ist kein Grund Genau wie hier Okay Na gut dann gibt es hier wohl nichts mehr Ähm Ding 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 Ich bin hier gerade Ich weiß ja leider wirklich nicht mehr wie es Lang geht Das kann doch nicht sein Irgendwas Stimmte nicht Danke Keine Ahnung ob das hilft Aber Hier drüben Können wir uns noch verwandeln Also im Schlossgarten Aber der vordere Schlossgarten Können hier diesen kleinen Gebüsch rein Hier runterfallen Und Hallo sagen Vielleicht sehr näher Besuch zu bekommen Hier gibt es zwar nichts Aber bitte bleib doch Unruhig aus Also ja tauschen kannst du gerne Ah schauen wir mal Klappt Okay immerhin etwas klappt hier mit Traden Hm Ach warte mal Oh Ne doch nicht Ich dachte hier können wir jetzt wegbrennen Aber Ne Die sind alle mit den Fragmenten gelöst Okay Trotzdem Fortschritt Könnte man so sagen Ähm Aber ich habe das Gefühl Wir kommen Nicht an den Ort ran Wo wir hin wollen Bei dieser Ort Da ist Wo wir Nicht hinkommen Ah Stimmt Der wollte dass wir Licht machen Jetzt können wir ja Licht an machen Ja Bringen wir was bei jetzt Ich bin Maximus Maxissimus meine ich Äh ja Bist du willst Zu trainieren Jetzt wo das Licht an ist Und ich dich überhaupt noch sehen kann Okay Hör zu So werde ich dich nun Die Technik der Strahlenattacke lernen Erstens Du musst volle Energie haben Zweitens Züge ist ein Schwert Mehr hat sich zu tun Äh Okay Das ist ne Standardattacke Warum sind die meisten Techniken so Standardsachen Ja okay Der ganz kleine Junge Link Der Check das halt nicht Ergessen Also es ist exakt gleiche Wie wenn man Kurz vom Tod ist Es ist exakt gleiche Also jetzt kann man halt Entweder wenn du ganz voll bist Oder wenn du fast tot ist Das ist einsetzen Leider nicht zwischendrin Aus der Schwertspitze Schießen Schreien davor Bei voller Energie Einfach das Gegenstück Ja Ah das war das was mir gefehlt hat Ah Drei können wir noch erlernen Wahrscheinlich sind sie wieder genauso lame Aber egal Immerhin habe ich das Ding gemacht Aber da hat auch mal nichts Neues mehr zu sagen Oder Ich fahre nur kurz nach Nein Okay Alright Mir ist aufgefallen Da wir ja jetzt schwimmen können Auch als kleinen Minish Link Können wir doch jetzt bestimmt auch Ja Guck wie schnell wir sind Vor allem Können wir doch jetzt auch hier hochkettern Zum Beispiel Und generell neue Orte entdecken Nur keiner Minish Hey was ist Die Bohren Die ich pflanzte Die will sie jetzt wohl haben Doch wo du sie kannst finden Das werde ich dir nicht sagen Vereinigte Fragmente Das kannst du mich ruhig fragen Und wie war ich Habe ich den Ältesten nicht gut nachgemacht Ja schon Aber du bist wirklich für einen Okay Oh die habe ich am meisten die Dinger Was ist bitte diese Oh ich schau mal hier 888 Ich glaube so viele von denen Wo ist das denn Komische Bäume Ach das sind Bohnen Die wachsen da jetzt Boah Du 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 Wie kommen wir denn da hin Tja Kannst du wohl Ich ausfüllen bis zu später Da ja Aber okay Okay Hier kann man noch lang Hallo Was bin ich da durch Dankeschön Nöt 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 Bdub Überlege Okay Okay Ich soll mich nicht ins Wasser schleudern lassen Und mein äh Fackel benutzen Meine Lampe Meinen natürlich Und da nicht runterfallen Am besten Obwohl ich ja mal kurz durch muss um back zu machen nüt 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 so lass mal gucken lass mal sehen hier ist doch bestimmt eine Herzteil am Ende, oder? Laserstrahl nüt 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 herzteil äh, ein Fragment aua ja, genau so fühle ich mich das alles war wirklich nur für so ein blödes Fragment Ernsthaft? Ja. Ist wohl deren Ernst. Vielleicht kommt ihr spielte nur eine weitere Kiste. Keine Ahnung. Ich weiß auch wirklich nicht, wie man da hinkommen soll. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Das können wir nicht machen. Da war der Dungeon. Ne, ich weiß nicht. Vielleicht können wir beim Haus noch irgendwas machen. Vielleicht hier schwimmen wir auch. Tatsache, hier können wir was machen. Tellurier-Wald. Wo komm ich denn jetzt hin? Hier ist noch in der Wand? Nein, doch nicht. Ah, wir können jetzt hier überall durchschwimmen im Wald. Oh. Das ist interessant. Du, 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 du. Verdammt. Mach mal an. Komm schon. Das kannst du nicht ausdenken. So schnell. Alter, das ist böse. Das ist böse. Okay. Was? Wie bitte? How? Au. Mann. Oh, der Spaß geht weiter. Du, du, ich gegenuriere euch einfach. Ah, kann ich nicht. Verdammt. Ah, kann ich nicht. Verdammt. Verschwinde. Leute, ich werd gemobbt. Vom Spiel. Aua. Nicht nett? Das macht man nämlich nicht. Okay. Herzteil. 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 Fragment. Aber kein grünes. Ich brauch die grün am meisten. Hm. Meine ich zumindest. Warte, wie komm ich jetzt wieder zurück? Muss ich jetzt eher so? Hm. Das erspare ich euch. Also, also. Oder? Nee, komm. Ihr müsst mit mir leiden. Ihr müsst mit mir leiden. Im. Ihr müsst mit. Ihr müsst. Mit. Im. Ihr müsst. Okay. Egal. Okay. Hey, ich bin rausgekommen. Aber sonst gibt's hier nichts. Da komm ich ja nicht lang. Und hier gibt's ja scheinbar keinen Eingang. Nö. Ich hab mir gedacht, hier gibt's mehr. Aber warte mal. Vielleicht gibt es ja wirklich mehr. Lass uns doch mal wieder groß werden. Und zum Wald gehen. Oder uns halt auch einfach hin teleportieren. Das geht natürlich auch. So. Weil da können wir ja jetzt schwimmen. Und durchs Schwimmen können wir bestimmt auch als kleinen Männeschling neue Orte erreichen. Warte, hier bringt's nichts, glaub ich. Oder? Hier ist kein Männeschling durch. Lass doch erstmal schauen. Okay, da will ich lang. Kann ich das abfackeln? Bumm. Nein. Ich hab da keine Lust drauf. Hier will ich lang. Aber. Das hier wird wahrscheinlich mich hindern. Bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb probier's erst gar nicht. Da will ich lang, aber lässt er mich nicht lang. Ah. Ja, okay, komm. Dann nehm ich halt mit. Nee, ist nicht schlimm. Dann komm ich da vielleicht doch noch nicht lang. Na gut. Was können wir sonst noch machen? Äh. Ach. Schau mal einer an. Die Schule ist offen. Hallöchen, Lehrerin. Oh, hallo, Mike. Schön, dich zu sehen. Danke für deinen Besuch. Mehr ist nicht zu sagen. Die Kinder sind genauso wie du. Alle frech und ungezogen. Oha. Bin ich frech? Eine Lüge. Das wird aber hoffentlich nicht so in meinem Zeug nicht stehen. Du, 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 du. Will ich dir was machen? Will ich tauschen? Oh, ich kann nicht verschieben. Du willst dich tauschen? Okay. Was versteckst du denn unter deinem... ...leerer Pult? Ernsthaft? Bombenparadies? Na gut, wenn's sein muss. Äh. Bump. Ist einfach Bomberman gerade. Du, 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 du. Geh, wo ich hab' die Musik. Die werden wir jetzt nämlich sehr lange hören. Du, du, du. Bum, bau, 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 bau. Ja, ich glaub' ich brauch' nur einen Weg. Ganz ehrlich, komm. Bleib' ich hier. Was dauert aber so lange? Sollte man hier so Bomben haben, die man fernzünden kann? Zumindest war davon die Rede. Ich weiß es halt nicht. Aber wenn's sowas wirklich gibt... ...dann brauchen wir das auf jeden Fall. Ich finde, man... Das dauert so lange. Ey! Was soll das? Alter. Das ist nicht cool. Nein, nein. Auf keinen Fall. Das macht man nicht. Nein. Was muss ich den Namen überhaupt machen? Oh! 100 Rubine! Ich bin überhaupt nicht reich oder so! Okay, ich glaub' mehr gibt's hier nichts zu machen. Mehr können wir hier nicht tun. Das war nur für die... ...für den Hunderter. Schön das Geld geklaut von der... ...netten... ...von der netten Algen. Hä? Aber sie sind im Essen, ich hatte grad die Schnitzel und irgendwas. So im Holzunterricht oder so. Hm... Ich versteh echt... ...von die Baute verheißen... ...mach ja... ...und... ...wom... 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 ...weiß nicht, kann ich das nicht sagen. Oh mein Gott! So ein Recolor! B-Side! Wir haben mittels Basel! Wir... ...viele spielen! Wir lernen! Äh... ...okay, wenn das so ist... ...dann ist das so. Lass mich mal gucken, wie das hier draußen bei euch aussieht, ne? Lass mich mal sehen, lass mich mal sehen... Aha! Äh... ...warte noch nicht, ob ich das normaler denke. Aber... ...können wir das auch noch machen. Oh nein! Gegner! Oh nein! Vor allem die Gegner! Dabadabam! Hm? Okay? What? Diese Kiste und ein Herzteil! Können wir das schon machen? Ich befürchte nein! Oh Gott! Nein! Okay! Das müssen wir uns merken! Hier müssen wir noch mal zurück! Es ist blöd, dass ich die... ...Kiste geöffnet habe! Weil jetzt werde ich wahrscheinlich nicht denken... Oh, hier war ich doch schon! Muss ich nicht mal nachschauen! Das ist natürlich jetzt blöd! Aber... ...okay! Ich könnte zumindest... ...hier drüben noch mal nachschauen! Hallo Kleiner! Hallo! Du bist ja in Wind ist einiger gelangt! Alle Achtung! Meinst du? War ich wirklich so schnell? Will ich jetzt nicht ehrlich gesagt! Ich habe mir schon ein bisschen Zeit gelassen! Dabei dabei! Okay Freunde! Beim nächsten Mal wird es dann hier... ...super duper! ...episch! Mega! Digger! Heftig! Weitergehen! Ja man! Ich brenne die Schule ab! Ich brenne die Schule ab! Ja! Ich brenne die Schule ab! Ich brenne die Schule ab!